Und jetzt für uns Bernie Köhler mit seinem kleinen elektronischen Weltorchester Evo 2. Das kleine elektronische Weltorchester wird uns jetzt nur kurz etwas spielen, aber heute Abend ab 20 Uhr hier im Sitzungssaal, im großen Sitzungssaal im Rathaus wieder zu hören sein. Jetzt viel Spaß! Ein Song, der gut hierher passt, ein Prechtzitat, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft. Hat schon verloren! Aber wir denken ja gar nicht daran, zu verlieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Der kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. 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 Okay.